Der Kampf gegen die Familie Vielleicht können sich die Jüngeren nicht mehr daran erinnern, aber es gab mal eine Zeit, nennen wir sie ganz einfach die 60er Da hat ein Mann für eine einfache Arbeit noch 2500 Mark erhalten, konnte sich ein Auto leisten, konnte zweimal im Jahr in den Urlaub fahren Und die Frau durfte bei den Kindern zu Hause bleiben und sich vollkommen um den Haushalt kümmern Den Kontakt zu den Nachbarn pflegen und einfach nur eine gute Hausfrau und Mutter sein Wann wurde diese lebende Institution genannt Familie so derart ad absurdum getrieben, dass es schon fast verpönt ist, wenn man sagt, meine Frau kümmert sich zu Hause voll und ganz um die Kinder Diese sind heutzutage nur noch völlig verzogene Gören, rennen mit Handy am Ohr durch die Gegend, ziehen sich an wie das andere Geschlecht Und haben schon im frühen Alter ihre hierarchischen Machtstrukturen ausgebaut und völlig verlernt auf Erwachsene zu hören Weil diese auch keine Zeit mehr mit ihnen verbringen Denn Mama und Papa in der Genderwarn-Gesellschaft, heute nur noch Eltern 1 und Eltern 2 genannt, sind durch das unfaire Geldsystem gezwungen, beide eine Sklavenarbeit anzunehmen Oder sich als Freiberufler 17 Stunden am Tag die Zeit zu vertreiben, um alle Rechnungen zu bezahlen Dann kommen sie völlig gestresst nach Hause und wollen mit einem Bier vor der Glotze einfach nur noch abspannen Um den Alltag zu vergessen und dann Kinder Mit ihrer lauten und energiegeladenen Art sind dort leider kontraproduktiv und werden in ihren Kämmern vor dem Internet oder dem Fernseher geparkt Die Oma wurde schon vor zwei Jahren in einer Rentnersammelabteilung, genannt Seniorenresidenz, wie einen räudigen Straßenköter an der Raststätte angeleint, damit man sich ja nicht um sie kümmern muss Hat ja eh keiner mehr Zeit für sie Lieber für 8 Euro die Stunde am Fließband malochen Das Kindergeld ist in Deutschland eher eine erweiterte aktive Sterbehilfe, der Hausbau ohne Baufinanzierung aufgrund der Immobilien-Spekulationsblase zu einem Luxusabenteuer verkommen Kitas lassen die ungeimpften Windelscheißer nicht mehr mit den geimpften Teppichratten spielen Arbeitgeber stellen Personen mit kleinen Kindern nicht gerne ein Die kleinen Biester könnten ja vom Billigfraß aus dem Weg Dreck krank werden Und wenn sie zum Zukunftsroboter-Sammelbecken genannt Schule deportiert wären, lernen sie dort erstmal, wie man zu Allah betet Und wenn du das scheiße findest, bist du ein Reichsbürger Bist du sowieso, weil du ein konservativer, altbackener Nazi bist, der noch echte Werte hat Verrückt, wie die Sprache heute verdreht wird Das Fazit Wer glaubt, dass es cool und sexy ist, dass die Frau im Kostümchen über Büroflächen flaniert Der Mann sich für die Britschulden zu Tode schuftet Die Kinder im Drogen- und Alkisumpf versinken, weil man keine Zeit mehr für sie hat, ist heute leider normal Darf gerne die Familie mit zerstören Für alle anderen Hört euch gegenseitig wieder zu und stärkt eure Sippe Lasst euch von niemandem erzählen, dass es modern ist, seine Kinder in Ganztagsschulen zu stecken Seine Eltern in Sterbe-KZs zu bringen Oder von morgens bis abends sich ausbeuten zu lassen Dass man abends natürlich keinen Bock mehr hat, miteinander zu reden Schaut euch die Araber-Clans an mit 500 Mann Die sind nicht so erfolgreich, weil sie alle ehrlich arbeiten gehen und fleißig Steuern zahlen Sondern weil die sich trauen, ihrer alten Kultur zu frönen und einander Halt geben Werdet wach und schaut hin Die Elite will die Familie zerstören, damit es kein Halt untereinander gibt Seid Menschen und macht euch unabhängig Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei all meinen Zuschauern und Abonnenten zu bedanken Wer Lust hat, meine Arbeit mit ein paar Euro zu unterstützen, ist herzlich eingeladen Auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken Dieser führt euch zu einer anonymen Spenderseite Mein Vorhaben, Menschen ein autarkes Zuhause zu bieten, kann in die Tat umgesetzt werden Dazu braucht es aber trotzdem am Anfang noch ein bisschen Starthilfe Ich werde jeden Cent von euch benutzen, um es in dieses autarke Projekt zu stecken Danke für euer Vertrauen Danke für euch! Untertitelung des ZDF, 2020